Heute reden wir mit der EKD, einer der beiden großen Kirchen in unserem Land und das ist für die CDU wichtig. Wir sind keine Kirchenpartei, aber das C im Namen ist eine Verpflichtung, darüber zu reden, wie sich unser Land verändert, wie wir christliche Werte, das christliche Menschenbild, das das Zusammenleben in Deutschland prägt, hochhalten können, dafür eintreten können in Zeiten des Rechtspopulismus, mit sozialen Herausforderungen, dass es uns als CDU ein Anliegen und da haben die Kirche und wir sicherlich gemeinsame Interessen, über die wollen wir reden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017